Okay, ich hoffe nur, ich sag nichts Dummes, nur ja nichts Peinliches aufnehmen, okay? Wie heißt du? Tom, freut mich sehr. Tom? Alles klar bei dir? Tom? Okay, dann lass uns loslegen. Hi, ich bin Valentin Mansi und ich bin zehnmaliger Grid-Weltmeister. Ich mach nur Spaß, ich... Ich hab noch nie gewonnen. Aber es war knapp. Der Neuzugang hat also den Dämon geschrottet? Ja, die neue Bremsanlage ist noch nicht perfekt. Bist du damit einverstanden? So einen Amateur kurz vor Saisonbeginn einzustellen? Du warst auch ein Amateur, bis er dort dich eingestellt hat. Hast du nicht nen Dämon zu reparieren? Senecas Nummer 22 und Valentin Mansi können es einfach nicht lassen. Wird es heute wieder so ein heftiges Duell auf der Strecke geben oder haben sie sich inzwischen vertragen? Valentin Mansi ist ein direkter Rivale bei diesem Rennen. Sei besser als hier. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Wundere dich nicht. Wir haben einen Racken, einen Racken, einen Racken, einen Racken. Gutes Tempo, machen Runde 2 ein paar Länge zu gut. Mögen, eine Racken, eine Racken, einen Racken. Okay, die letzte Rundenzeit betrug, 5.40,5. Das ist die letzte Runde. Also, die letzte Runde war die Zeit, 5.45,6. Die letzte Runde war die Zeit, 5.40,5. Die letzte Runde war die Zeit, 5.40,5. Gute Arbeit, 22.00. Eine weitere beeindruckende Leistung von Seneca. Ihr neues Fahrergespann scheint Bolt ganz schön Konkurrenz zu machen. Das war die Zeit, 6.40,5. Untertitelung des ZDF für funk, 2017